Mit ihr erblickte ein neuer Stil das Licht der Welt, der Punk-Look. Vivian Westwood zog ihn über Jahrzehnte auf die Laufstege der Welt. Englische Exzentrik, das war Vivian Westwood. Alles begann mit einem Shop auf der Londoner Kings Road. Revolutionär und rebellisch, das Wesen ihrer Mode und ihrer Persönlichkeit. Die Punkband Sex Pistols zog sie an. Star-Models trugen ihre ausgeflippten Prachtkleider. Sie wurden zur Weltmode. Mode löst etwas aus. Meine Mode gibt dir eine unglaubliche Wahl in einer gleichförmigen Welt. Du siehst gut aus und kannst deine Individualität ausdrücken. Die Queen ernannte Vivian Westwood 2006 zur Dame. Dabei war ihr das Establishment eigentlich zuwider. Neben der Mode engagierte sie sich auch politisch. Gerne mit spektakulären Aktionen. Für den Umweltschutz fuhr sie vor das Haus des damaligen Premierministers Cameron. Ihr Kampf galt auch der Klimakrise. Ich bin schockiert über die Folgen der Erderwärmung. In ein paar Jahren werden Milliarden sterben, wenn wir nichts unternehmen. Bis zuletzt soll Vivian Westwood gearbeitet haben. Mit 81 Jahren ist sie nun gestorben.